Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil, Let's Play Assassin's Creed 3. Dann plundern wir die mal aus, ne? Ja eben sagst du noch, die haben bestimmt alle noch was und jetzt will sie sofort weiter oder was? Äh ne, ist klar. Egal, dann gehen wir mal weiter. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gahne. Abenteuer aus der Luft. Oh, hat wohl nicht so richtig funktioniert. Äh, sorry nochmal, dass in der letzten Zeit so wenig Videos kam, aber ich war krank. Und konntet euch leider keine Videos hochladen. Aber sonst, jetzt werden wieder welche kommen. Okay, dann laufen wir den mal weiter hinterher. Oh nein, ich glaube wir wurden gesehen. Wie schon einfach nicht mehr weiß, wie das Spiel funktioniert, wenn man das schon leicht nicht mehr gespielt hat. Ich bin einfach aus dem Gebüsch hier. Ne, ist klar. Ich bin einfach aus dem Hinterhalt oder was? Nein, der hat's gut. Oh nein, der hat's gut. Wie schon. Ich bin einfach aus dem Dicam. Wie schon das zu tun. Wie schon das ist? Ich bin einfach aus dem Dicam. Das hat das. Ich bin einfach aus dem Dicam. Das hat das Schuss. Ah, genau, auf Kush hat man geschossen. Zielen und schießen. Ja, genau, lad noch erst nach, du Fisch. Den brauchte er bitte, bis er nachgeladen hat. Und Schuss. Das war's, Junge. Waffe fallen lassen. Die brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich mal, glaube ich mal. Okay, wo soll's jetzt hingehen? Oh, da vorne ist so ein altbekannter Heuhaufen. Die Dinge angefallen, wenn auch immer. Oh, wir haben erst mal die Platz hier. Läuft doch. Und Schuss. Ah, mit dem schönen Revolver lädt er natürlich schneller nach, das gefällt mir doch. Und Schuss. Das war's mit dem auch. Was ist noch die da hinten? Ziel. Und. Schieß doch. Geht doch. Ja, genau. Lauf einfach ganz normal wieder nach vorne. Als wenn nichts passiert. Ah, jetzt ist er tot. Jetzt auch den letzten Söldner mit einer Feuerwaffe eliminieren. Ist ja ein optionales Ziel. Also machen wir das auch mal. Ja, bumm, erster Schuss. Wie realistisch einfach. Ich hoffe, er wird ganz normal weiter. Okay. Ich darf nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Sollte ich eigentlich beides geschafft haben, ne? Ah, diese schönen, interessanten Ladebildschirme. Juhu, Video. Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zu ordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Oh. Perfekt. Volle Synchronisation. Das ist doch Sachen, die man braucht. Dann gehen wir hier mal raus. Oh, ich musste drinbleiben. Dann gehen wir wieder weit. So, wer will jetzt was von mir? Oh, der will was von mir. Nein. Wer will doch nichts von mir? Der will nur ein Spiel mit mir spielen. Aber darauf habe ich keine Lust. Oh, ich muss doch nicht rein. Ich bin doch hinter dem Haus. Hab ich gedacht, dass wir hier drinnen noch. Nein, du sollst ja nicht hochklettern. Okay, dann ist das doch wohl auf dem Haus. Oh, diese neue Kletteranimation. Einiges besser als die alten Teile. Falls einer von euch die alten Teile kennt. Jetzt geht's. Ja, sehe ich genauso. Gibt es denn hier jetzt einen guten Weg runter zu kommen? Egal, einfach mal runter hängen lassen und runter klettern. Warte, kann der das auch? Oh, nee, kann er nicht. Muss ich wohl doch da rein, oder was? Sorry, dass es gerade so ein bisschen langweilig ist, aber... Ah, okay, oben. Kann natürlich auch sein, ja, klar. Okay. Sorry, da war ich gerade... Hab ich nicht wirklich gecheckt. Mission starten. Guten Abend, Gentleman. Schulz. Na, bitte, Charles. Ihr werdet ihn bald mögen. Oi! Catherine, altischer Bracke! Her mit dir! Papa braucht ein Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Etianer für's Kraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Ah, ja. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Mit dem kann man nicht reden. Ist beschäftigt. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Woran? Okay. Jetzt müssen wir aber raus. Okay. Jetzt müssen wir aber raus. Ich bin halt nicht, wie manch andere Let's Player, die die Mission schon mal durchgespielt haben. Weil das ist ja langweilig, wenn die schon mal vorher alles gespielt hat. Wunderbar. So viel zu feinen englischen Art. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Ich zeige euch, wie. Was hat denn jetzt vor? Ah, okay. Ich muss die Nachbarn belauschen. Okay. Hoffentlich. Erwischen die nicht, aber nicht, weil... Das dürfen sie bestimmt nicht. Okay. Ein Abstand bleibt. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichen Tag unerhört. Sie sind die beste Reise für transatlantische Transporte. Wells kümmert sich um alle Details, damit ihr unbesorgt euren Geschäft. Ich darf mich also nicht sehen. Warum bewegt er sich denn jetzt nicht? Ah, geht doch. Dann gehen wir mal nach hier. Stellen uns hier mal hin. So, sehr unerhörtlich. Und einen, der Chirurg werden will, kann man vergessen, wenn er weiter so viel zerringt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zufrieden mit einer Spelunke und anderen verrufenen Orten. Befrag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay. Dann laufen wir mal dahin. Ich könnte mir natürlich auch ein Pferd nehmen, aber das ist ja langweilig. Ja, das war jetzt sinnvoll. Das war jetzt richtig sinnvoll. Der sprintet ja schneller als es verbreitet, von daher. Da kann ich auch spründen. Ich würde sagen... Da wären wir schon fast. Wenn ich mal unten so auf die Minimap gucke... Ah, ich muss so hoch, guckst ich nicht. Sieht so aus. Oh, mal wieder eine spektakuläre Kletteraktion. Komm, auf, auf und davon. Ja, das macht natürlich jeder. Das ist ja Alltag, ne? Wer macht sowas nicht alltäglich? Ja, okay, und das vor allem... Ja, die Ballons hat jeder auf einem Fuß. Okay. Da unten ist ein Heuhaus, und springen wir da mal rein. Schön hat das Sprung. Okay, ich muss noch da hinten. Wo kann man sich denn da anstellen, damit man da nicht gesehen wird? Das sind ja keine Menschen. Stellen wir uns einfach mal hier hinten hin. Diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. Allerdings. Man trifft nur noch Gelug und Besorst auf den Straßen. Gerade unten bin ich wieder welchen geboten. Jetzt dürften die mich ja eigentlich nicht sehen. Okay. Macht doch keinen Stress, jung. Ja, die nächsten Belaschungen seht ihr im nächsten Part. Viel Spaß. Cheers. .